von Jerry Bruckheimer, Produzent des Hollywood-Blockbusters Top Gun. Die größeren Kampfhandlungen im Irak sind beendet. Im Krieg gegen den Irak haben die USA und ihre Verbündeten gesiegt. Können die Medien diesen professionell verzahnten Kreislauf aus Politik, Wirtschaft, Militär und Kommunikation überhaupt noch durchbrechen? Man kann ihn durchbrechen dadurch, dass man ein Thema hintergründig spannend darstellt. Das Publikum hat Interesse und das Publikum wird ja immer mehr zum großen Maßstab. Im Fernsehen ist es so, wenn die Quoten sacken, dann ist man aus dem Programm. Und ich glaube, eine bestimmte Form der Berichterstattung führt auch dazu, dass man auch über vergessene Konflikte berichten kann. Die Leute sind grundsätzlich interessiert. Ich halte nichts von der These, dass das Publikum dumm ist. Dieser Meinung Ulrich Tilgners schließen wir uns an. Das war für heute das Weltjournal. Nächste Woche Mittwoch ist wieder Weltjournal-Abend. Bis dahin, auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017